So, jetzt könnt ihr mal was Neues sehen, pass auf. Sowas habt ihr nämlich noch nicht gesehen. Der fährt nämlich jetzt seitlich da drunter. Das geht auch. Und so kannst du in allergrößter Not deine blöden Brücken sogar seitlich rauspulen. Diese Brücke ist leer, da ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn sie beladen ist, ist sie vorne schwerer, hinten schwerer, dann kippelt das vielleicht. Das ist nicht ganz so einfach. Geil, oder? Geht alles. Das geht alles, wenn man nur will. Du darfst natürlich jetzt beim Rangieren nicht vergessen, dass du eine ganz schöne Überbreite hast. Nicht, dass du dennoch irgendwo hängen... Naja, das zeige ich lieber nicht. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Wie sehen Sie jetzt, wie die